Hallo, ich bin Heime Ulrich. In diesem Videotraining zeige ich Ihnen, wie Sie mit InDesign digitale Publikationen auf Basis von EPUB-Fixed Layout erstellen. Ich bin seit 1999 als Trainer für InDesign und andere Publishing-Werkzeuge tätig, halte regelmässig Vorträge und betreibe auch einen eigenen Publishing-Blog. Die Videos richten sich an Layouter und Designer, die ansprechende digitale Publikationen pixelgenau layouten wollen. Natürlich gehe ich auch auf Interaktivität und Multimedia ein. Aber keine Angst, es geschieht alles mit Bordwerkzeugen von InDesign CC. Das Training ist garantiert codefrei. Grundlegende InDesign-Kenntnisse werden jedoch vorausgesetzt. Auch gestandene InDesign-Profis kommen in den Praxisbeispielen auf ihre Kosten. EPUB-Fixed Layout setzt sich als Standard für gestaltete, digitale Publikationen durch, zum Beispiel für Magazine, hochwertig gestaltete Bücher, Comics oder technische Dokumentationen. EPUB-Fixed Layout kann über die gängigen Stores oder über eigene Kanäle vertrieben werden. In diesem Training lernen Sie, digitale Publikationen anzulegen und zu vertreiben. Steigen Sie mit mir ein in die spannende Welt des digitalen Publizierens mit InDesign. Viel Spass mit diesem Videotraining! . - -